Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur heutigen Runde des Nerdwelten-Podcasts und der ersten Ausgabe des Bubblefix. Heute möchten wir mal was Neues versuchen, eine eher lockere Gesprächsrunde auf Basis dreier Eingangsfragen. Wir wissen noch nicht wirklich, wie gut es funktioniert, ob wir uns irgendwas zu sagen haben oder ob wir uns irgendwie nach zehn Minuten nur anbrüllen, ob das Super Nintendo oder der Amiga das bessere System ist. Aber ich würde gerne erstmal begrüßen die beiden Mitstreiter, die jetzt noch hier mit an Bord sind, und zwar Hadi und Ben. Moin Moin aus dem hohen Norden. Einen schönen guten Abend. Und ich wollte gleich anmerken, ich fände beides lustig. Also die Variante mit nach zehn Minuten anbrüllen, welches das bessere System ist, bin ich auch halbwegs dafür. Aber wir können auch die andere Variante nehmen. Natürlich wird nicht geschrien, weil es ist ja eindeutig das Super Nintendo. Da kann man sich ja den Atem einfach sparen. Also bitte, albern. Ich finde das gut, du kürzt direkt ab. Wir sparen uns die Diskussion, finde ich super. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, das Format war großartig. Hat Spaß gemacht, danke. Genau. Also zum Modus, einer von uns, das bin heute ich, deswegen auch die Anmoderation jetzt durch mich, bringt drei Fragen für die beiden anderen mit. Nach den Antworten, so der Plan, geht es dann ins freie Gespräch. Ob das funktioniert oder ob es spannend zu hören ist, das wissen wir aktuell nicht so wirklich. Und deswegen ist es gerade in dieser Folge für uns sehr wichtig, dass wir Feedback bekommen. Wie immer auf unserer wunderschönen Homepage bei Twitter oder Facebook oder natürlich unserem stetig wachsenden Discord-Server. Aber falls euch also die Folge Spaß macht und ihr uns das mitteilt, dann stellt bei der nächsten Ausgabe jemand anders die Fragen. Jeder den Modus verstanden? Ja. In der Tat. Dann legen wir mal los. Ich stelle euch mal die erste Frage und... Bin gespannt. Dann könnt ihr abwechselnd antworten, genau. Welches ist denn eure allererste Erinnerung an eine Berührung mit einem Video- oder einem Computerspiel- oder einem Videocomputerspiel-System? Woran erinnert ihr euch da noch? Oder wisst ihr es tatsächlich noch ganz genau? Hadi? Da erinnere ich mich natürlich noch ganz genau dran. Und das war, als meine Mutter einen C64 mit... Nach Hause nicht, sondern zu meinen Großeltern gebracht hat. Ich bin damals in Verzöchern zur Schule gegangen. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Und deswegen, weil meine Großeltern gleich bei der Grundschule gewohnt haben, sind meine Schwester... Meine Schwester war noch im Kindergarten. Ich bin nach der Schule zu meinen Großeltern. Wenn meine Mutter dann gegen 14.30 Uhr von der Arbeit kam, hat sie uns da abgeholt. Und eines Tages kam sie eben mit zwei Tüten dabei gehabt, riesige Tüten. Da war ein C64 drin, da war ein Monitor drin. Und ich bin mir relativ sicher, sie hatte auch einen Nadeldrucker dazu. Und wir haben am Anfang nicht gewusst, was soll man damit anfangen. Und dann hat sie mir eine Packung in die Hand gedrückt. Das war eben die Box von Bubble Bobble. Und dann haben wir bei meinen Großeltern den C64 aufgebaut, haben geladen, haben Bubble Bobble gespielt. Und das war der Anfang von allem. Das war meine Gaming-Ursuppe. Die Geschichte habe ich jetzt, glaube ich, schon diverse Male erzählt. Deswegen möchte ich sie ein bisschen kompakt halten. Aber das waren meine Anfänge. Also du kannst dich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern, dass es schon mal das alles bei mir war. Aber ich bin immer gespannt, wie es beim Ben ist. Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die ersten Spielerfahrungen, die habe ich, glaube ich, nicht auf dem eigenen System gesammelt. Und ich weiß, dass wir auch dieses Pong entweder selber hatten oder irgendjemand hatte das. Ich habe das gespielt mit diesen braunen Holzoptik und mit diesen, wie heißt das, nicht Schiebepads, sondern die man so drehen muss, diese Paddles. Und ich weiß auch, mein Cousin zumindest damals, die hatten ein Atari 2600 auch. Ich weiß nicht, ob wir mal später selber eins hatten. So, Bobby geht nach Hause, solche Sachen. Kung-Fu-Master. C64 kam dann auch. Und ich kann nicht sagen, ob ich erst den C64 oder erst den eigenen Gameboy besessen habe, weil das waren meine beiden ersten eigenen Systeme. Und das NES kam dann auch später irgendwann dazu. Und alles gebraucht halt. Aber erste Spielerfahrung, ich würde fast sagen Pong. Also eines der ersten Spiele überhaupt. Weil ich mich auch kaum noch daran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich es gespielt habe, aber ich weiß nicht, wo ich es gespielt habe und wie lange ich es gespielt habe. Das ist wirklich ganz verschwommen. Das ist interessant. Das heißt, du hattest das sogar auf einem Original gespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass das allererste, wo ich dran war, wir hatten auch sowas mit so Paddeln. So eine uralte Kiste. Das war damals aber so ein Klon, wie es ja Dutzende, der es zu der Zeit gab, von dem 2600er. Ich weiß gar nicht genau, was für einen. Aber ich habe da auch meine allerersten Erinnerungen wirklich an das klassische Pong. Bevor es dann auch später auf den C64 ging. War das für euch prägend? Was würdet ihr sagen? Dieses allererste System, die allererste Erfahrung oder waren es dann eher die späteren Sachen? Nein, prägend war der Game Boy und das NES. Der C64 auch auf eine gewisse Art und Weise, das mein erster Computer war, also definitiv auch prägend. Die drei Systeme würde ich aufzählen. Game Boy, weil ich das erste Mal zum Beispiel wirklich intensive Spiele, die man auch, wo man sich länger beschäftigt. So Rollenspieler, Final Fantasy Legend oder sowas in der Art. Das war mein erstes Rollenspiel. Auf dem C64 hatte ich nie Rollenspiele irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass es da welche gibt. Also als Kind. Ich kannte ja auch nur japanische. Ich kannte zum Beispiel diese westlichen Rollenspiele. Kannte ich gar nicht für mich von Rollenspieler Japano-RPGs. Das habe ich erst viel, viel später kennengelernt. Also ich finde schon, für mich war Bubble Bobble generell, diese erste Berührung mit dem C64 war sehr prägend, weil du ja wirklich aktiv werden musstest, um zum Ergebnis dem Spiel zu kommen. Das war ja ein bisschen anders als bei den Cartridges, wie es der Ben vielleicht so erlebt hat, beim Atari oder beim Game Boy, wo du sie in Anführungszeichen nur eingesteckt und das Teil gestartet hast und holler die Waldfee, los geht's. Da hast du wirklich noch Eingabebefehle machen müssen, hast dir das Disclaufwerk, Rattan hören wir uns, war schon das Kettenlaufwerk und hast dann noch den Runbefehl machen müssen. Und da war ja wirklich, da war ein Weg zu bewältigen. Dann hat's ja noch gedauert. Also der Prozess von, ich möchte das Spiel jetzt spielen, bis jetzt geht's los, das hat ja fünf bis sechs, sieben Minuten gedauert. Und dann Bubble Bobble, zum einen ist es, kann man ja durchaus in die Top, sagen wir mal Top 20 des C64 auf jeden Fall mit reinnehmen, leicht. Zum einen, weil's ein tolles, zugängliches Arcade-Spiel ist und weil's halt so unfassbar gute Musik hat, für mich ja auf dem C64 die beste Umsetzung der Bubble Bobble Melodie. Plus, weiß ich auch noch, ich hab das mit meiner Schwester dann am ersten Tag gleich gemeinsam gespielt. Das heißt, wir hatten auch, meine Mutter hat auch noch gleich zwei Joysticks gekauft, meine Güte, Vogelwelt. Und ja, also für mich war das einfach der Einstieg in eine mir bis dahin unbekannte Welt mit ganz, ganz vielen Facetten, von denen mir bis heute mit die Liebste das Spielen geblieben ist. Ich würd sogar so weit gehen und würd sagen, das geht in die Top 10 beim C64. Das ist halt wirklich ein klasse Spiel, das ist einfach perfekt gemacht. Also ich wüsste nicht, was man da besser machen sollte. Ja. Und eins der ersten Couch-Koop-Spiele, ne? Das war ja, ich find, es gibt auch viel zu wenige, immer noch. Kein Mensch hat C64 auf der Couch gespielt, Ben. Keiner. Niemand. Ja, aber das ist aber, dass man die gemeinsam an einer Konsole spielt, so und nicht, oder an einem, ja doch, natürlich, C64 auf der Couch. Das ist der Konsolenspieler, der kann sich nur vorstellen, dass man das mal auf der Couch spielt. Nein. Nee, nee, tatsächlich, unsere Freunde, das ist wieder die Geschichte, wo ich bei der Mutter vorbeikommen musste, um ihr beim Zocken zu helfen, die auch Japano-RPGs gespielt hat und die kamen bei Luffy A2 nicht weiter, die Geschichte hab ich auch schon mal erzählt. Das ist aber lang her. Und die hatten halt auch ein C64 mal eine kurze Zeit und die haben den aber im Fernseher angeschlossen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann da, ja, in den 90ern auch auf der Couch saßen mit den Joysticks. Ich hatte auch ein Freund, der in den C64 am gleichen Fernseher wie das Super Nintendo angeschlossen hat und immer gewechselt hat. Großer Fernseher, hab ich sehr beneidet damals. Aber dessen Couch, beziehungsweise bei dem waren wir immer im Kinderzimmer dann auf dem Bett gesessen, die war viel zu weit weg. Also da waren wir wirklich vor dem Fernseher zusammengekauert auf den Knien. Meine Güte, wenn ich dran denke, kann ich nicht mehr aufstehen heute. Ja, das kann natürlich auch so gewesen sein. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil die Kabel waren wirklich relativ kurz, wenn du jetzt das so sagst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie ein Couch-Tisch war, so ein typischer 90er Jahre Wiesentisch, keine Ahnung, und man da irgendwo auf dem Fußboden in der Nähe saß. Sonst muss die Couch ja quasi am Fernseher angedockt gewesen sein. Daniel, sag doch mal was. Was waren denn deine Erfahrungen so? Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten so einen Atari 2600-Klon. Da waren ja aber auch irgendwie drei, vier Spiele drauf, die im Endeffekt das gleiche waren. Pong und halt drei Variationen von Pong, die andere Titel hatten. Eishockey, Tennis, Fußball, Flipper. Eishockey, genau. Aber bei mir war es dann auch, also wirklich die ersten richtigen Erfahrungen waren dann auch ganz klar auf dem C64. Der kam dann damals, wie alle gebrauchten, C64. Ne, das war ein neuer C64 damals sogar. Haben meine Eltern neu gekauft. Aber der kam auch damals schon direkt aus dem Laden mit seiner Box randvoll mit Sicherheitskopien. Und ich habe damals auch keine Rollenspiele gespielt. Zumindest mal nicht sofort. Dunkle Dimension war so das Einsteigerspiel. Da hat man ja schon drüber gesprochen. Aber klar, also Bappelboppel kann ich unterschreichen. Das ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Und ich finde, so die Zeit ist schon prägend. Auch bis heute noch. Wie die Ästhetik ist. Und wenn man sich so die alten Sachen anschaut, wird man doch immer wieder zurückgeworfen. Und die Grafik, wie es etwas anders ausschaut bei manchen Spielen. Oder die Musik, die Klänge noch mit dazu. Das führt einen dann doch immer wieder zurück. Das führt mich aber auch zur nächsten Frage. Bezüglich Nostalgie. Wir nehmen bei uns ja immer wieder alte Spiele, die wir besprechen. Teils sind es Spiele, die wir über die Zeit auch immer wieder mal gespielt haben. Aber manchmal sind es auch Spiele, die wir gar nicht kennen. Oder die wir vielleicht auch ziemlich lange nicht mehr angeguckt haben. Also Spiele, die wir noch aus der damaligen Erinnerung haben. Und dann rauskramen. Und dann heute nochmal spielen. 30, 40 Jahre später. Wisst ihr es für euch? Gibt es Spiele, die für euch heute betrachtet eine reine nostalgische Verklärung sind? Wenn man sie sich heute nochmal anschaut. Und andererseits, welche sind denn Beispiele dafür, die auch heute noch genauso grandios sind? Ich habe ja letztens tatsächlich mal wieder Blumex rausgekramt auf den C64. Und wie viel Spaß ich als Kind mit diesem Spiel hatte. Lange ich das einfach rauf und runter gespielt hatte. Komm, jetzt können wir es wieder sagen. Wir hatten ja nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Seit Blumex war echt toll. Nein, ist es nicht. Es war doch indiziert zu sagen, wie bist denn du an solches Teufelswerk gekommen? Ja, natürlich. Bist du an das Spiel gekommen? Ja. Auch noch von meinen Eltern gesponsert. In so einer ominosen Tüte, wie du schon sagtest. Ja. Weiß ich nicht, was mich damals fasziniert hat an dem Spiel. Das ist total langweilig eigentlich. Ich habe zehn Minuten, Viertelstunde gespielt. Und dann war es schon eintönig und hat sich wiederholt. Es gibt keine Musik im Spiel. Und jetzt sagst du aber, welches Spiel konnte seit damals standhalten? Ein echter Klassiker. Ich meine, Bobble Bubble haben wir eben schon gesagt. Welches Spiel ich auch heute noch, welches mir richtig viel Spaß machen würde, wäre zum Beispiel Pac-Mania auf dem C64. Das ist so eine Variante von Pac-Man in einer leichten ISO-Perspektive, so schräg von oben. Und da hat, also es ist ein Scrolling eingebaut. Die Bildschirme sind nicht mehr alle auf einem Bildschirm, sondern, ja, die scrollen auch über mehrere Bildschirme. Und du kannst auch über die Geister rüberspringen mit der Feuertaste. Das fand ich ganz cool. Das heißt, mit dem richtigen Timing kann man im letzten Moment noch den Geist einfach überspringen. Das ist so mein Lieblings-Pac-Man-Spiel sogar. Wobei ich diese anderen, neueren Pac-Man-Spiele, so in 3D oder so Pac-Man-Adventures und was es da nicht alles gibt, da habe ich überhaupt keine Beführungspunkte, kann ich nichts zu sagen. Aber von den klassischen Pac-Man-Spielen, Pac-Mania, total cool. Würde ich heute immer noch für eine Runde auf jeden Fall immer wieder rausholen. Geiler Soundtrack von Ben Declish, super Spiel. Also ich würde das jetzt vielleicht mal von zwei Seiten angehen, deine Frage. Und jetzt wirklich, meinst du jetzt generell Spiele, die man früher gespielt hat? Oder meinst du es jetzt im Speziellen auch die Spiele, die wir uns für den Podcast jetzt nochmal angeschaut haben? Da gibt es ja sicherlich auch andere Sachen. Also gerne breit. Also was ist ein typischer Vertreter für eine nostalgische Verklärung? Vielleicht auch warum? Ist das identifizierbar? Warum man das dann heute nicht mehr so gut findet? Und welches funktioniert heute noch genauso gut und warum? Also was mir auf jeden Fall da direkt einfällt, ist Double Dragon, die C64-Version. Da habe ich in einer sehr frühen Nerd-Welten-Episode mal drüber gesprochen. Und das ist wirklich mal ein glasklarer Fall von, wir hatten ja nichts. Weil Double Dragon kenne ich aus der Spielhalle und dann habe ich damals irgendwann in einem großen Elektromarkt, gibt es auch heute noch eine C64-Spiele-Sammlung gesehen, 100% Dynamite TC. Und da war Last Ninja 2 drauf, Afterburner, Wacklemore und Double Dragon. Das wollte ich unbedingt haben, weil es war Double Dragon, okay? Und es ist natürlich die von Melbourne House, die Version, die halt, also wenn man irgendwas liest über Double Dragon C64 steht überall, die Melbourne House-Version ist quasi die Superkürze, die man spielen kann. Und ich habe die wirklich sehr, sehr gern gespielt mit meinem Onkel zusammen im Koop. Da war so einen Mats Spaß gehabt. Und das ist natürlich was, das kann ich heute nochmal starten, kann mich darüber freuen, aber da erkenne ich natürlich auch, okay, das war halt einfach das Beste, was ich damals in Bezug auf Double Dragon bekommen habe und spielen konnte. Und deswegen hatte ich da Spaß mit. Aber deswegen ist das auch was, wo ein bisschen mein Herz auch noch dranhängt. Und so geht es mir aber mit, ich kann es jetzt auch in der Kürze der Zeit nicht anders überschlagen, so geht es mir, ich würde jetzt schon sagen, mit allen C64-Spielen, die ich damals gern gespielt habe. Weißt du, weil der Ben jetzt gesagt hat, Blue Max, das habe ich da, also vom Hörensagen kenne ich sowas ja nur. Aber dann könnte ich mir gut vorstellen, also ich habe das natürlich auch gespielt und habe das aber auch nie lange gespielt. Du bist dann mal eine Runde geflogen, drei, vier Minuten, ich glaube nicht so lange, wie die Ladezeit war. Und dann war es aber auch wieder gut. Das war eins von diesen Spielen, was du halt mal zwischendurch geladen hast und dann hast du es wieder weg, hast wieder in die Diskettenbox dazu und hast dir dann halt was anderes gesucht und weitergespielt. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch so Wohlfühlspiele, habe ich es, glaube ich, im Podcast auch schon mal genannt, zu denen du immer wieder zurückkehren kannst. Und die musst du auch nicht unbedingt durchspielen, aber da fühlst du dich einfach aufgehoben. Die hast du tausendmal gespielt. Da kennst du vielleicht alle Geheimnisse. Ein typischer Fall da für mich ist Super Mario World auf dem Super Nintendo. Und das ist wirklich was, da habe ich heute noch Spaß dran. Da kann ich mich auch ans erste Mal erinnern, als ich das gespielt habe mit meinem Freund Christoph und seinem Bruder Stefan zusammen. Und das ist auch was, was halt einfach prägt. Und da hängt viel, viel Nostalgie mit dran. Ja, aber im Fall von Super Mario World im Speziellen würde ich auch sagen, dass das ein extrem gutes Spiel ist. Oder als wir Pirates besprochen haben, Daniel, die C64-Version von Pirates, die habe ich früher auch gespielt. Das war nicht meine Lieblingsversion. Aber Pirates Gold auf dem PC, das kannst du ja heute spielen wie damals. Also locker 20, 30 Minuten, das dauert ja auch nicht lange. Und du hast einen schönen, ordentlichen Progress mit drinnen. Das macht einfach Spaß. So Spiele, wo du dir was erarbeiten kannst. Oder SimCity geht auch immer noch. Wie ist das bei dir, Daniel? Also ich muss gerade erst mal zuerst auf Blumex reinspringen, weil das ist ja interessant. Das habe ich natürlich genauso wenig gespielt. Ist ja ganz klar. Aber die Faszination bei dem Spiel ist für mich immer so auf zwei Ebenen zu sehen. Also zum einen ist es die Metapher, dass man da als Bomberpilot irgendwie unterwegs ist. Und dann auch, was das Spiel einlöst. Also ich zumindest mal, als ich das auf dem C64 in Artikeln gelesen habe, mit Fotos gesehen habe und von Freunden erzählt bekommen habe, wie das läuft, das Spiel. Wenn man da so in 3D, in Anführungszeichen, so in ISO 3D fliegt, man kann hoch runterfliegen, man kann landen. Also diese Interaktionsmöglichkeit und die Grafik, die das mitbringt, das hatte ich damals auf dem C64 bei anderen Spielen wenig gehabt. Also ich glaube, das war schon auch ein Präsentationsthema. Was da gut funktioniert hat. Bei mir ist es so, wenn ich nach langer Zeit zu Spielen zurückkehre, ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe Spiele, die machen mir dann heute noch genauso Spaß wie damals auch. Die habe ich dann damals vielleicht auch viel gespielt. Und dann ist man einfach genauso wieder drin. Das hatte ich insbesondere bei Syndicate und bei Chaos Engine. Die hatte ich beide lange nicht gespielt. Und die sind vielleicht beide jetzt in sich nicht so ein gutes Spiel, wie jetzt ein modernes Spiel wäre. Aber man fühlt sich da sofort wieder genauso drin, wie man damals drin war und spielt noch mal diese Spielerfahrung von damals. Und dann funktioniert es einfach richtig gut. Ich finde, wenn man so zurückkehrt zu den alten Spielen, dann sind die häufig reduziert, haben weniger Inhalt, sind einfacher. Das kann natürlich auch schon mal angenehm sein, dass man nicht tausend Systeme dran gebaut hat. Wenn man jetzt einen Warlords spielt oder das erste Civilization oder ... Also auch die ganzen Strategiespiele, wenn man die späteren Iterationen dann kennt mit der Komplexität. Oder auch bei Ego-Shootern, so ein Doom. Die allerersten Sachen. Da läuft man rum, ballert und sammelt zwei Schlüsselkarten ein. Das war's. Das hat man ja heute kaum bei aktuellen Spielen. Also natürlich verglichen mit ... Also klar, wir haben jetzt heute die ganzen Indie-Spiele. Theoretisch gibt's alles, was es irgendwie geben kann, was man auch heute dann irgendwie noch modern spielen kann. Aber dann funktioniert's für mich gut. Ich bin vor allen Dingen immer geschockt, wenn ich dann zurückgehe in ... Eher so in die zweite Hälfte der 90er. Also einmal ja, C64, das ist manchmal einfach zu simpel. Das spielt man ein paar Minuten. Das hat man damals wahrscheinlich genauso gemacht. Aber das reicht einem heute nicht mehr. Das ist ja durchweg bei den meisten Spielen, wenn man jetzt vielleicht von einem Tarragon oder so absieht, das sehr lange ist, man auch sehr lange spielen kann. Aber später dann vor allen Dingen die Präsentation. Also aus der Erinnerung raus, wie schön ein Final Fantasy VII war. Das hab ich ja auch gespielt. Erst auf dem PC, später dann auch auf der PlayStation. Oder die Ego-Shooter aus den frühen Nullerjahren oder aus den späten 90ern. Die hab ich so ganz anders in Erinnerung, wenn ich die dann heute mal raushole. Ich hab vor ein paar Wochen mal das Enemy-Territory damals. Das hab ich rauf und runter gespielt. Im Multiplayer, wenn ich das Hoyt-Haus hole und spiele. Das ist für mich ... Ich kann mich da gar nicht mehr reinversetzen, was das für ein Spiel war. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie's euch geht, gibt's so eine Prägung auf einer gewissen Zeit. Wahrscheinlich bei uns so C64. Und dann eben Super Nintendo Amiga. Und alles, was danach kommt, das ist dann so fortentwickelt und weiter. Und so hat man's vielleicht auch abgespeichert. Das ist jetzt Küchen-Psychologie-Vorsicht. Dass man das als deutlich besser empfindet. Oder noch in Erinnerung hat. Und das ist es nicht. Weil meistens ist es dann in einem Genre, grad bei Ego-Shootern, die's eben heute noch so gibt, oder auch Strategie spielen. Und die heutigen, die sind ja alle viel besser. Und die sind ja auch so furchtbar gealtert mit der Render-Grafik. Und den 640-Pixeln 3D. Also da muss ich sagen, da komm ich dann heute auch kaum mehr rein. Und das ist so die Gemengelage bei mir. Ich wollte noch mal auf Bluemax zurückkommen. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel 1943 anguck auf den C64, damit heute ich heute wesentlich mehr Spaß noch. Weil da kommen halt permanent irgendwelche Gegner an in verschiedenen Formationen. Du musst ausweichen. Du hast, glaub ich, sogar Bosskämpfe am Levelende. Und das ist einfach schon so viel besser. Das könnte ich tatsächlich heute mir noch mal vorstellen, dass ich's noch mal durchspielen würde sogar. Ich glaub, es hat auch permanent Musik während des Spiels. Und das ist dann wieder ein Spiel, was viel besser gealtert ist. Auch die Grafik ist natürlich, damit gewinnst du keine Preise. Die sieht katastrophal aus. Gerade wenn du das mit der Arcade-Version vergleichst, die es auf dem Automaten gab von 1943. Aber das ist ein Spiel, das ist wesentlich besser gealtert als Bluemax. Und jetzt noch mal wegen dieser Ego-Shooter-Geschichte. Da ist ja gerade total die Welle. Hatte ich ja letztens irgendwie schon mal in einer anderen Folge erwähnt, wegen Iron Fury. Eben auf der Build-Engine basierend, auf der Duke Nukem-Engine sozusagen, haben sie ja noch mal ein komplett neues Spiel gemacht. Das hab ich ja auch komplett durchgespielt. Also ich hatte echt viel Spaß damit. Für Quake 1 gibt's ja auch, also ich glaub, das nutzt sogar auch die Quake-Engine. Oder zumindest sieht's so aus wie Quake 1, nur halt ein eigenes Spiel wieder. Aber das ist gerade wieder so ein Thema, was total in ist. Also einfach dieses stupide Ballern. Also keine Story nix. Also Half-Life hat ja alles verändert damals. Aber davor hattest du halt einfach, ja, du ranntest durch die Welt und es ging eigentlich nur darum, alles klein zu ballern. Und das kommt, glaube ich, gerade so ein bisschen wieder. Der Trend ist natürlich ganz klar Nischenprodukte, muss man sagen. Aber einen gewissen Markt gibt es. Und der wird jetzt neuerdings auch eben bedient. Ich denk, das sind auch häufig Bedienkonventionen, die einen dann heute stören. Also wenn man dann eben nicht so ne Steuerung hat und die Möglichkeiten hat, wie man's von aktuellen Spielen gewohnt ist, dann reißt's einen raus. Bei den neuen Spielen, die eher auf die Ästhetik setzen und es vielleicht auch klassisch anmutend ist, das ein Video hab ich jetzt noch nicht gespielt, das find ich auch mal ganz spannend, dann ist es ja trotzdem häufig so, dass da viele Convenience-Themen mit drin sind oder auch moderne Spielkonzepte mit untergebracht sind und auch vom Timing und wie der Schwierigkeitsgrad ist, dass das da angepasst ist. Ich mein jetzt auch nicht, dass ich so was wie, keine Ahnung, eine Half-Life oder irgendwas späteres auf der Build-Engine oder in Duke 3D heute nicht spielen kann. Das kann ich schon. Aber ich sag mal, die Überraschung ist relativ groß, wenn ich das nach langer Zeit wieder spiele, wie das damals ausgeschaut hat. Wenn ich jetzt ein G.I. Joe oder Pirates oder was auch immer mir rauszieht, das sieht genauso aus, wie ich das 30 Jahre vorher in Erinnerung hatte. Das ist eher so die Überraschung. Das ist so ein bisschen wie dieser klassische YouTube-Kommentar, den ich schon ganz oft gelesen hab. Wenn du dir irgendwelche Remakes anguckst, gerade so eine Tech-Demos wird ja ganz viel gemacht, dass du irgendwie, was weiß ich, Mario oder Zelda in der Unreal-Engine nachgebaut siehst. Und die Leute schreiben immer drunter, hey, so hatte ich das Spiel in Erinnerung. Und wenn du's dann aber in echt anguckst, dann sieht's natürlich um Welten viel, viel schlechter aus. Aber ja, tatsächlich ist es so. In der Erinnerung sah's so gut aus damals. Also man saß da mit offenem Mund vor und heute ist es sehr ernüchternd. Das ist ja bei vielen, die diese klassische Ästhetik reinbringen. Also so Simpleweed Park berühmterweise. Da war ja auch der Ansatz, es soll so aussehen, wie man heute glaubt, dass damals Maniac Mansion ausgesehen hat. Aber auch ein Superspiel, wo du das gesehen hast. Ich fand das so gut. Mir ist jetzt in unserem Oeuvre noch ein bisschen was aufgefallen. Also wir haben ja auch mal vor einer Weile eine Folge über Barbarian gemacht. Also so Spiele, die wirklich von einem Gimmick gelebt haben. Und das ist heute tatsächlich halt schwierig. Also da war's auch schön, noch mal eine Folge drüber zu machen, die ganzen Hintergründe, die Entstehung alles zu machen. Aber wirklich das Spiel per se, ach na ja, ich mein gut, das hat halt diesen Drehschlag, den, wie hieß der nochmal? Da gab's so einen speziellen Namen für. Diese Kopfabschlag-Animation. Das war halt da, das war archaisch. Das war dieser Conan Flair. Das war halt einfach in der Zeit mit diesem, dieser brutalen Note obendrauf, war das wirklich das Spiel, das du einfach spielen wolltest, weil das ja so krass war. Und das ist was, ja, da lockste kein Dreijährigen mal hinter seiner Playstation 5, wenn er eine bekommt, hervor. Das krasse Gegenteil davon ist aber Elite. Und das ist ja auch ein Spiel, das hab ich in der Podcast-Folge ja auch gesagt, das hab ich damals nicht gespielt. Das hab ich für den Podcast nachgeholt, hab's in der NES-Version gespielt, die halt mit dem Controller ein bisschen zugänglicher, ein bisschen geschmeidiger spielbar ist. Das ist ein super Spiel und das kannst du heute noch problemlos spielen. Und das ist für mich, jetzt, weil wir vorhin in Top-Listen waren, das ist für mich auf dem NES ganz klar ein Top-Ten-Titel. Das liest du nirgendwo, wenn du irgendwelche Listen siehst. Das siehst du wahrscheinlich nicht mal in Top 50, weil es keiner auf dem Trichter hat. Elite ist, kannst du immer noch spielen. Und es macht immer noch Spaß. Und das war für mich mit eines, mit, weißt du schon, Dinosaurier, mit Dino Crisis, einer der Titel, die mir wirklich jetzt im letzten Jahr von den, das war schon vor zwei Jahren, ah ja, 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 war 2020, aber mit einer der Titel, die ich für den Podcast wirklich für mich entdeckt habe und gespielt habe und wo ich wirklich sage, das war einfach super. Also ich weiß nicht, ob ich das ohne die Nordwelten überhaupt mal gespielt hätte, aber da freue ich mich wirklich, dass ich es gemacht habe. Ich finde immer dann, wenn ein Spiel so etwas für sich steht und jetzt nicht in einer langen Reihe ist, wo dann jeder Nachfolger oder egal, ob jeder geistige Nachfolger oder tatsächliche Nachfolger noch mal leicht die Formel optimiert hat. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, in FIFA 14 spielt und jetzt heute FIFA 21 oder was auch immer hat, nehme ich mal an, ohne es jetzt zu wissen, ich habe glaube ich kein FIFA mehr seit 2008 oder so gespielt, Frankreich, Ole, dass es wenig Sinn macht, da zurückzukehren, weil das nächste Spiel einfach es nur mal einen Tacken besser macht. Es kann natürlich dann kippen, wenn es dann Monetarisierung reingeht oder vielleicht dann Elemente ganz umgestellt werden, wo es nicht mehr so ist. Aber ich muss da immer an Dune beispielsweise denken, das erste hier von Cryo, dieser ganz schräge Mix aus Strategie und Adventure. Das funktioniert an ganz vielen Stellen überhaupt nicht, aber das ist so ganz eigen und da kann ich mich auch wirklich dran klemmen und spiele das, weil diese Erfahrung, die bekomme ich sonst nirgends. Oder auch das Stronghold, also nicht dieses spätere, hatten wir es ja auch schon mal, hatten wir ja auch eine Folge drüber. Das ist auch so ein Spiel, das so für sich steht, weil dass ich da so mit einer Helden-Crew mir so eine Stadt aufbaue und das so nach und nach und das Ganze in 3D wie auf so einer Theaterbühne, das gab es einfach danach nicht mehr. Und so, da nimmt man dann auch, finde ich, vieles in Kauf, was dann vielleicht auch schmerzhaft ist. Ich wollte noch mal eingehen auf den Punkt von Hardy eben, Spiele, die er durch den Podcast eigentlich erst gespielt hat und lieben gelernt hat. Das war bei mir eben Castle of Illusion, das Mickey Mouse-Spiel. Das habe ich ja damals, ist ja komplett an mir vorbeigegangen, weil ich ja wegen Sega Abstinenz, ist ja bekannt. Und also wirklich ein tolles Spiel. Und auch das Remake habe ich mir dann ja extra wegen diesem Spiel geholt und habe das auch komplett durchgerockt. Also beide Spiele großartig, sowohl das Original als auch das Remake. Wer es noch nicht gespielt hat, kann ich nur ans Herz legen. Also ich hatte mega viel Spaß mit beiden Projekten. Mit den Remakes wahrscheinlich sogar noch ein Tick mehr, aber das Original ist einfach großartig. Kann man nichts gegen sagen. Tolles Spiel. Gibt es denn Spiele, die ihr aus, sagen wir mal, emotionalen oder inhaltlichen Gründen abgebrochen habt? Also, in denen Sachen passiert sind, die ihr nicht weitertragen wolltet, das nicht weitererleben wolltet, wo ihr wütend wart, traurig, Angst hattet. Fall findet sie sieben. Jeder weiß, welche Szene. Weil du das im Boss nicht geschafft hast, diesen mechanischen Skorpion. Also ich habe da weitergespielt. Ja, ich habe auch weitergespielt, aber es kam, das war, es war das erste Mal, es war das erste Mal in meiner Spielelaufbahn, wo man wirklich ein Trätchen kullerte. Ich glaube, ich war da 16 oder 17. Also selbst wenn ich es 98 erst gespielt haben sollte, war ich 15. Ja gut, wahrscheinlich war ich 15 oder so. Und der Kull hatte wirklich ein Tränchen bei mir. Als Eris gestorben ist, so, jetzt habe ich die Bord mal platzen lassen. Wow. Wer es noch nicht wusste. Das war so mein erster emotional Zerspielemoment und der hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Also das war wirklich bam, völlig unerwartet. Bei Final Fantasy 4 ist auch schon Charakter gestorben, aber das war halt noch nicht so heftig emotional. Also klar, Uemazo mit seiner Musik macht da sehr viel immer aus. Aber ein Spiel, das ich abgebrochen habe, nein. Aber emotional mich mitgenommen hat, ich denke da immer an Life is Strange, wo es halt wirklich eine krasse Mobbing-Szene gab, wo sie auf einer Party war. Das eine Mädel da, also nicht die, die man spielt, sondern irgendwie eine, die mit an der Schule ist und die haben sie wohl mit Drogen abgeführt und ja, hat da wohl was weiß ich, so ein bisschen so ein Strip hingelegt oder was und die haben das gefilmt und haben dann da auf dem Spiegel geschrieben, du, mhm, und ja, mit ihrer Nummer und die wollte dann halt Selbstmord machen, Suizid vom Dach springen und das war echt heftig und dann kann man das aber verhindern, dass sie diesen Suizid begeht und oh, Emotion pur, also heftig. Sowas habe ich zuvor noch kein Spiel erlebt, also selbst bei Final Fantasy 7 nicht, das war schon eine Nummer für sich. Wo siehst du da für dich den Unterschied, was macht das für dich emotional, also warum nimmt dich das emotional stärker mit als Final Fantasy, was glaubst du? Final Fantasy ist halt Fantasy, sag ich mal, das spielt in einer sehr abstrakten Welt und das war aber wirklich so, wie es eben auch an Schulen vorkommt, es ist ja, Cybermobbing ist ja ein Thema, das kommt, glaube ich, an jeder Schule irgendwo vor, das ist einfach die heutige Realität und ich finde es halt krass, dass ein Spiel sowas aufnimmt, hatte ich ja in der Folge mit Dom Schott, hatte ich das schon mal ganz kurz angesprochen, ich müsste mal auch mal eine Folge drüber machen, aber es ist nicht retro. Das ist ja egal, aber es ist interessant. Ja, aber dafür müsste man das spielen. Macht's einfacher, wenn man drüber redet. Muss jemand übernehmen dann danach? Ihr habt das, glaube ich, beide noch nicht gespielt, ne? Ich hab's auch noch nicht gespielt. Nein, ich hab's nicht gespielt, ne. Ist halt schon ein ganz eigenes Genre, du hast halt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, die Story ist vorgegeben, im Prinzip ist es wie ein Adventure, aber ohne Rätsel, weil es ist nicht wirklich schwer, du gehst halt rum und klapperst die Hinweise ab und kannst die Zeit zurückdrehen, das ist ja das Special Feature, also es erinnert sehr an Butterfly-Effekt, aber es ist ein sehr cooles Spiel und ja, wie gesagt, dieser Aspekt, den hätte ich so nicht erwartet von einem Spiel bis dato, dass man so solche Themen mit reinbringt. Hätte ich eher aus der Film- oder Serienwelt erwartet, da wären ja immer mal so Sachen aufgenommen, aber im Videospielbereich, das sind wirklich Themen, da muss man sich erstmal ran trauen, das ist harter Tobak, wie man so schön sagt. Also ich habe nie ein Spiel aus dem Grund abgebrochen, weil ich mich über ein Element der Spielgeschichte geärgert hätte oder dass mich das emotional so sehr gepackt hätte, sondern wenn ich ein Spiel abgebrochen habe, dann weil es ein Scheiß war oder wie es in letzter Zeit eigentlich viel häufiger vorkommt, dass ich anfange zu spielen und dann kommt mir irgendwas dazwischen und dann komme ich nicht mehr dazu und dann bin ich raus und dann bin ich und dann habe ich es wochenlang nicht gespielt. Wo ich mir schwer getan habe. Ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Ja, naja, naja, Old Doods, weißt du, so ist es halt einfach. Das ist echt, ja. Da kommt jetzt wieder Ben, da können wir jetzt wieder die Brücke schlagen, da ist wieder ein Blue Max optimal, da spielst du mal fünf Minuten und dann ist es auch wieder gut. Aber Ben, jetzt denkst du. Drei Bomben. Und merkst, jetzt kommen wir die Brücke zu deinem Satz davor und dann wieder schlagen, das ist ein Scheiß und ich mache das einfach wieder aus. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer auf den Fuß getreten, aber das nehme ich jetzt in Kauf. Aber das andere ist halt, weißt du, ich habe vor einer Weile versucht, in der Switch-Version Final Fantasy 12 zu spielen, okay? Das ist mal wirklich ambitioniert, ohne eine Podcast-Folge dazu im Hinterkopf einfach gedacht, das will ich jetzt mal spielen. Es hat nicht lang funktioniert. Und da bin ich jetzt auch wieder so raus, wenn ich da meinen Spielstand lade, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe, was passiert ist, wer wer ist und da habe ich auch keinen Bock mehr zu. Also der Zug ist für mich abgefahren, da schaue ich vielleicht mal YouTube an und dann ist es auch gut. Was ich mir damals schwer getan habe beim Spielen, war das erste Resident Evil, weil ich da wirklich Schiss hatte. Weißt du, wenn die Zombies da plötzlich aus dem Schrank gebrochen kommen oder die berühmte Szene, die Hunde durch die Scheibe, da habe ich wirklich Angst gehabt. Und da bin ich vorsichtig durchgelaufen. Also ich bin auch jemand, ich kann auch heute noch nicht, ich kann auch heute noch nicht wirklich in ein Geisterhaus gehen, wo ich durchlaufen muss. Das musste ich vor Corona, wollten meine Kinder das unbedingt machen. Bei uns ist ein Freizeitpark und wirklich auch mit Erschreckern, ich habe dem einen fast eine gezimmert, ich sage es dir, ich habe wirklich Spaß gehabt. Aber ich beneide dich so darum, weil das ist das Problem, wenn man einmal so abgeherrtet ist, wenn man einfach zu viele Spiele, zu viele Filme in dem Bereich gesehen hat und kein Jumpscare mehr irgendwie zieht. Das ist so traurig. Das ist bei mir der Fall halt und bei meiner Frau auch. Also wir können gucken, was wir wollen, wir erschrecken uns nicht mehr, wir gruseln uns nicht mehr. Ich will eigentlich mein Gehirn resetten auf den Status von wo ich 14 war oder so. Bei Spielen ist das einfach zu geil. Das ist aber interessant, da tückt wirklich jeder anders. Also gut, manche haben auch keinen Bezug zu so Horrorsachen, bei denen wirkt das natürlich dann super. Manche können tausend Sachen gucken über Jahrzehnte und sind da immer noch nicht abgehärtet. Ich muss sagen, bei mir, ich kann mich nicht erinnern, wenn es das letzte Mal ein Film war, bei dem ich wirklich irgendwie mich gegruselt oder Angst hatte. Eine Steigerung ist da irgendwann einfach nicht mehr möglich und wenn es in einige Bereiche reingeht, dann gefällt es mir auch nicht mehr. Deswegen, aber ich höre schon raus, bei Ben war es jetzt eher so der Schock oder die Trauer um den einzelnen Charakter. Hadi, bei dir ist es jetzt eher der blanke Horror und die Angst. Eigentlich nicht, weil ich war noch lange nicht fertig. Ah, da kommt noch mehr, sehr gut. Das war mein Einstieg und ich wollte eigentlich fortfahren mit. Das hat sich dann verloren, als ich das vierte Alone in the Dark gespielt habe. Das gab es für Sega Dreamcast, Fragezeichen, und Playstation 4. Ich habe es dann auf dem PC gehabt, das beim Kumpel früher gespielt und da gab es eine Szene, da muss man, bevor man in dieses Herrenhaus kommt, muss man durch die Kanalisation laufen und man wartet durch Wasser und du wartest die ganze Zeit, gleich springt mich irgendwas an und ich glaube, das war wirklich eine der Stellen in so einem Spiel, wo wirklich mal nichts passiert und dann komme ich in das Haus und das war die Situation, da war es für mich vorbei. Dann war dieser ganze Grusel, den ich vorher empfunden habe, bei solchen Spielen einfach ad acta gelegt und bei Filmen ist es so, ich habe heute, ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil wir wollen ja demnächst eine Folge drüber machen, ich habe heute einen Film gesehen, der was mit einem Spiel zu tun hat und bei Horrorfilmen war schon früher so, dass ich so viel gesehen habe, dass ich wirklich voraussagen kann, was jetzt in der nächsten Szene passiert, weil viele Einstellungen immer wirklich so typisch sind, jemand steht vor dem Fenster, ho ho ho, draußen ist finster, er hält gerade die motivierende Rede, natürlich wirst du gleich durch das Fenster rausgezogen, es weiß ja jeder. Also das ist wirklich was, was ein bisschen, was ich ein bisschen abgehakt habe. Und dann Themen, die mich wirklich mitgenommen haben emotional, sind eigentlich zwei. Das eine ist, wenn es mit realistischen Erkrankungen zu tun hat. Das ist ein Thema, da habe ich auf der Arbeit relativ viel mit zu tun, weil ich ja onkologische Fachkraft bin. Also ich habe viel mit Tumor, viel mit Krebspatienten zu tun. Und was ich mir aber deswegen auch schon lange mal anschauen wollte, ist ein Spiel namens That Dragon Cancer, wo ein Vater oder wo ein Elternpaar die Krebserkrankung ihres, ihres Kindes in ein Spiel verarbeitet haben. und das ist was, was mir naja, das wird wahrscheinlich ebenso gehen, aber was einfach nahe geht. Und sowas findest du in Spielen aber tatsächlich sehr, sehr selten. Und dann halt natürlich nochmal schwieriger, dass da wirklich so sensibel mit umgegangen wird. Ich habe beispielsweise, es gibt es ja auch in Pen-and-Paper-Rollenspielen, ich habe hier ein Cthulhu-Abenteuer irgendwo rumstehen, da geht es auch darum, in dem Grundsetting, die Charaktere sind in einem Krankenhaus und die Grundgeschichte ist, einer der Charaktere hat eine Tumorerkrankung. Und dann steht drin, für sensible Spieler kann auch was anderes sein. Da denke ich mir, Leute, warum denn? Das muss doch echt einfach nicht sein. Das ist, bei Rollenspielen ist ja auch oft so, dass man vorher abspricht, welche Themen sind für dich in Ordnung, welche nicht. War ich mir lange nicht sicher, warum? Das ist genau so ein Punkt für mich gewesen. Und das andere Thema, dass ich, wo ich wenig mit anfangen kann und wo mir echt der Spaß flöten geht, ist schwierig generell in Spielen, in Filmen für mich auch, ist, wenn es gegen Gewalt an Frauen geht und speziell natürlich Vergewaltigung. Da habe ich die Neuverfilmung von The Hills Have Eyes von 2000, keine Ahnung, 2000 irgendwas gesehen, gibt es auch eine Szene, da wird eine junge Frau von diesen Typen deinen Wohnwagen gezerrt und du siehst nichts, du hörst es nur. Und da habe ich gedacht, Leute, das gucke ich nicht, echt nicht, was soll das denn? Das sind so die Dinge, wo für mich der Spaß einfach aufhört. Und Ben, du hast vorhin jetzt schon mal Butterfly-Effekt den Film angesprochen. Da geht es ja darum, dass der Ashen Kutscher Er ist auch heftig. Genau, dass der irgendwie die Vergangenheit reisen kann und dann den Vater von einer Freundin trifft, wo sie zwei Kinder sind und es dann darum geht, dass der Vater die Tochter eben missbraucht hat. Ach ja, wie gesagt, da bin ich Ich glaube, das war nicht die Tochter, das war die Tochter auch? Ich glaube, auch die Freundinnen und keine Ahnung, das war auf jeden Fall krass, ja. Und da war ja auch die Szene, als sie da die, 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 dieses selbst gebastelte Bombe oder was das war, in den Briefkasten reingepackt haben. Aber egal, was er gemacht hat, das ging ja immer scheiße aus, ne, im Film. Ja, Zeitreisen sind böse. Es soll ja wohl ein alternatives Ende irgendwie geben, wo er sich dann selber mit der Nabelschnur im Mutterleib schon stranguliert und gar nicht erst zur Welt kommt. Das ist auch der DVD drauf. Die DVD hab ich, da ist, glaube ich, das ist mit drauf. Kannst dir bestimmt auch auf YouTube angucken. Ich wollte aber nochmal den Schwenker wieder zu den Spielen zurückmachen, weil mir kam gerade noch in den Sinn To The Moon, weil das ist auch so ein Ding, das ist halt RPG-Maker programmiert, wunderschöne Klaviermusik, aber auch so mit Streichern, aber hauptsächlich auf Klavier. Also grandioser Soundtrack, sehr, sehr emotional, trotz 8-Bit-Pixel oder 16-Bit-Pixel-Grafik. Und da haben sie halt auch eine, also es geht halt im Grunde bei To The Moon darum, es sind zwei Wissenschaftler, die haben eine Firma, die arbeiten in einer Firma und die haben eine Möglichkeit, sich mit dieser Maschine an das Gedächtnis des gerade im Sterbenden, der im Sterbenden liegenden Person ja einzuklinken und können noch einen letzten Wunsch erfüllen. Das heißt, die gehen dann in seiner Erinnerung zurück bis zu seiner Kindheit und verändern in seiner Erinnerung das Leben so weit, dass er sich diesen Wunsch, den er hatte, erfüllt. Und da ist halt zum Beispiel auch seine Freundin, die er kennenlernt und die hat Asperger-Syndrom. Also die ist so ganz strange drauf und kann nicht richtig kommunizieren und kann nicht mit Leuten, ist total introvertiert. Und das ist halt auch krass, wie du sowas in einem 16-Bit-Spiel unterbringen kannst und man mitfühlt, obwohl man diese Pixel sieht, ist man echt emotional total mitgenommen. Also sowas bei mir und bei meiner Frau auch. Das ist das Spiel für uns. Also wir lieben das. Und ich habe hier sogar mal, es gibt da halt so einen Leuchtturm an so einer Klippe, wo die beiden nachher ja so ein Stelldichein hatten und so ein bisschen romantisches Techtelmechtel und den Leuchtturm habe ich hier dann mal gemalt auf dem Bild in Acrylfarben, weil uns das so ein bisschen verbindet, dieses Spiel. Das ist so unser Spiel neben Final Fantasy VII To The Moon. Also wer das noch nicht gespielt hat, man kann das innerhalb von drei, vier Stunden, glaube ich, durchspielen. Das ist echt ein Kurzspiel. Kostet weniger als fünf Euro wahrscheinlich bei Steam, aber ist eine echte Wucht, habe ich im Podcast beziehungsweise in unserer Community im Discord auch schon empfohlen. Einige haben schon gespielt. Also wer das noch nicht gespielt hat, To The Moon, Megateil. Ich glaube, weil du jetzt sagtest, das hat nur 16-Bit-Darstellung und trotzdem fiebert man so mit. Ja. Also meine Meinung nach geht man am meisten mit, je reduzierter die Darstellung ist. Also für mich sind, wenn ich in Szenen komme, in Büchern, da ist das Risiko, dass ich da nicht mehr weiter kann. Oder auch bei Text-Adventures mit dem, was man sich im Kopf dann auch darstellt, schneller erreicht. Also wenn es Richtung Trauer geht oder auch Angstzuständen, als wenn ich das jetzt in einer sehr gut dargestellten Grafik habe. Also ich kann mich an, wenn man jetzt mal mit guter Grafik jetzt mal reingeht, an die relativ aktuellen Wolfenstein-Spiele erinnern. Also Wolfenstein 2 und die 1, 2, die es davor gab, schon länger jetzt her. Da gab es ja schon so Szenen, wo man dann irgendwie in der Fabrik unterwegs ist und hat da so Szenen, wo man von Hunden angegriffen wird. Und das war ja 100 Prozent darauf ausgelegt, dass man sich erschreckt und unwohl fühlt. Ich weiß noch, ich habe das zeitweise auf der Playstation gespielt und meine Frau konnte nicht mal zugucken, weil das halt 100 Prozent nur darauf ausgelegt war. Und das nimmt einen dann schon auch gut mit, wenn man das dann noch mit Kopfhörer spielt und dann wirklich, aber das ist natürlich sehr ins Gesicht. Ich habe das ansonsten, ich kann mich, um nochmal auf eine andere Ebene zu kommen, ich kann mich noch an, damals an die Wing Commander-Spiele erinnern, als man so das erste Mal diese Kameraderie auf einem Schiff, in der Crew, das war ja gerade so die Zeit, damals, als man das so gespielt hat, mit 12, 13, 14, wo man das das erste Mal erlebt hat und als es dann da auf einmal einen Verräter gab, das ist ja immer dabei, also das gehört jetzt zur Story mit dazu, aber so das allererste Mal mitzubekommen, was? Das sind doch meine Freunde, da ist ein Verräter. Also, das ist so ein richtiger Schlag in die Magengrube und das wird natürlich dann später dann schwierig. Das hat man dann, keine Ahnung, bei Game of Thrones dann, wenn halt jeder sterben kann oder alle sterben, ist man froh, wenn man sich mal so viele Namen merken muss. Also, da braucht man immer wieder so einen neuen Trick, dass es dann noch funktioniert. Ich selbst habe, glaube ich, nie ein Spiel deswegen so abgebrochen, aber ich habe tatsächlich schon Bücher abgebrochen, da kann ich mich erinnern. Also, zumindest mal mir geht es so, seit ich selbst Kinder habe, kann ich bei Filmen, bei Büchern, wenn es, ich sage ich mal, schwierig wird mit Kindern innerhalb der Handlung, da kann ich Zeit, da ist es dann, da geht es dann wirklich, also die Paranormal Activity Filme, da passiert ja nicht wirklich viel, das ist ja mehr so hintergründiger Horror, aber die konnte ich ohne Kinder ganz anders gucken als jetzt, wenn da auf einmal so das Kind so aus dem Bett rausgehoben wird oder schwebt oder sowas. Wenn man das selbst in dem Alter Kinder hat, das nimmt einen ganz anders. Das stimmt, ja. Und ich habe auch, ich lese ja gern und viel Science Fiction und Sci-Fi und die Broken Earth Trilogy, das ist ja drei Bücher, Science Fiction, brillant geschrieben, ich glaube, die haben alle drei, alle Preise abgeräumt, das gab es auch noch nie, drei Jahre in Folge, Locus und wie sie alle heißen, aber ich habe da irgendwann im zweiten Buch aufgehört, auch wegen dem, wie da teilweise das Schicksal der Kinder ist in dem Buch. Ich konnte es, ich musste aufhören, ich konnte nicht weiterlesen. Das hatte ich bei dem Spiel so noch nie, aber ich glaube auch, dass sowas in Spielen nicht so stark adressiert wird, das hattet ihr ja auch schon gesagt und da ist man dann doch vorsichtiger, weil das natürlich dann auch schnell wahrscheinlich rausrutscht aus dem 18er-Bereich und eben auch eher unangenehm ist dann für den Spieler und ich glaube, das ist so sehr unangenehm, dem Spieler zu machen, da ist man dann genau bei sowas wie To The Moon, da ist man im Indie-Bereich und nicht bei den großen Titeln. Ja, wobei To The Moon würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es einen unangenehm macht, es ist einfach eine schöne Geschichte, das kann man nicht anders sagen. Also anders als bei Life is Strange zum Beispiel, wo es eigentlich mehr ein Thriller ist, ist To The Moon im Endeffekt eine sentimentale, herzerwärmende Geschichte, also durch und durch. Wer da keine Gefühle hat, weiß ich nicht, der hat keine Gefühle, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder kommt halt überhaupt nicht auf die Optik klar oder keine Ahnung, aber selbst wenn er auf die Optik nicht klarkommt, die Musik transportiert die Gefühle. Dann muss er schon beides irgendwie nicht mögen. Mir ist jetzt aber auch noch ein Negativbeispiel eingefallen, weil wir jetzt gerade so ein bisschen haben durchblicken lassen, dass oft diese Grenze nicht überschritten wird, aber es gibt ja auch das krasse Gegenteil, dass es Spiele gibt, die eigentlich nur davon leben, dass sie diese Grenze bis zum Exzess überschreiten. Und da habe ich damals ein Spiel gespielt, das in Deutschland auch immer noch indiziert ist, auf der Playstation 2, nennen wir es einfach, nennen wir es einen Menschenhatz von Rockstar, wo es ja nur darum geht, im ganzen Spiel die Gegner auf möglichst, und jetzt in Anführungszeichen mit dicken Gänsefüßchen innovative Art und Weise zu ermorden, wo es dann auch in Großaufnahme und schnell zusammengeschnitten, damit es möglichst spektakulär ausschaut. Und da habe ich mir beim Spielen wirklich gedacht, ah ja, das muss jetzt aber echt auch nicht sein. Und ich habe es aber auch nicht abgebrochen. Also ich habe es bis zum Ende gespielt. Schieben wir mal vor, ich wollte die Geschichte zum Ende erleben, die auch nicht so super innovativ war. Und das ist ja auch in der indizierten Version, die ich gespielt habe, ist es ja trotzdem auch noch geschnitten gewesen, sodass man halt nicht komplett alles gesehen hat. Ja, aber das sind wirklich so Dinge, wo ich mir denke, das führt einfach am Ziel vorbei, weil das jetzt vom reinen Spiel ist das einfach nichts. Also es ist per se auch kein gutes Spiel. Und es lebt allein von dieser explosiven Gewaltdarstellung. Es ist dieser typische Gewaltporno, wie man sagen kann. Und jetzt wieder auf das Überleiten, was der Ben gerade gesagt hat. Ich finde es sehr wohl, dass 16-Bit, wenn die Geschichte gut erzählt ist, wenn es mit Musik schön zusammenarbeitet auch noch, dann kannst du das, kann man das hervorragend darstellen. Also nimm alleine, ich habe heute, also jetzt wieder zeitliche Verortung, heute auf unserem YouTube-Kanal ein Video zu Link's Awakening nochmal hochgeladen. Und diese wunderschöne Szene in diesem Spiel, wo Link mit der jungen Marin gemeinsam am Strand sitzt und die unterhalten sich, eine ganz unschuldige Szene, dazu die süße Musik, dazu das ist einfach eine wunderschöne Sequenz in einem per se auch wunderschönen Spiel, das in seiner Kombination aus Musik und aus Spiel und aus Geschichte, das geht dir einfach ans Herz. Und das ist einfach, das funktioniert einfach, auch in der grün-grau-stufigen Gameboy-Optik. Also das ist durchaus möglich. Jetzt hast du ja eben das andere Spiel erwähnt. Es gibt ja noch so einen Kandidaten, das weiß ich noch damals in der GameStar, wurde halt explizit drüber berichtet. Es gibt einen Bowling-Film, der heißt Zwei Trottel auf der Bowling-Bahn. Und so ähnlich heißt halt Typischer deutscher Titel aus den 80ern. Und so ähnlich heißt halt auch das Spiel. Nur, dass das Spiel eben die Besonderheit hatte, dass du irgendwie alle Gliedmaßen einzeln abschießen konntest und das war wohl damals das, womit sie dann geworben haben und das war so der Hauptaspekt des Spiels. Das Spiel war auch, glaube ich, gar nicht so gut. Ich habe es nie gespielt. Es ist 1999 erschienen von Interplay und ist bis heute auch noch initiiert. Und wenn das jetzt der Hauptmittelpunkt sein soll, dass man alle Gliedmaßen abschießen kann, ja, bitte, wer es spielen will, soll spielen, aber weiß ich nicht. Wenn es dann insgesamt kein gutes Spiel war, habe ich das Gefühl, ich habe auch nichts verpasst. Wobei, ich sehe gerade die Bewertung, 7,3 ist jetzt nicht so doll, aber IGN hat immerhin 8,3 gegeben. Also vielleicht hat es doch einige Aspekte neben dieser expliziten Gewaltdarstellung, die es vielleicht auch noch ganz gut machen, aber kann ich nichts zu sagen. Ich habe es nie gespielt. Mir fällt jetzt als Rauschmeißer wirklich noch ein Spiel ein, das ich abgebrochen habe, weil es einfach ein geschmackloser Scheißdreck war. Und das habe ich aber, wobei ich habe es wahrscheinlich nicht mal selbst gespielt, das habe ich nur gezeigt bekommen von einem damaligen Schulfreund, der da stolze Bolle drauf war und das Mörder lustig fand. Das war halt so ein C64-Spiel. Ich weiß gar nicht, ich will den Namen eigentlich auch überhaupt nicht sagen, weil es einfach so geschmacklos ist. Hat halt natürlich in der Nazi-Zeit gespielt und dann mit Konzentrationslagern zu tun gehabt. Und das war einfach so daneben, dass ich mir gedacht habe, mach es bitte aus. Das ist wirklich was gewesen, was ich mir nicht geben konnte. Und auch nicht geben wollte, ja. Das ist ein Thema, finde ich, das ist einfach daneben. So, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Wie gesagt, liefert uns Feedback. Sagt uns, ob das spannend war für euch. Gerne auch im Detail. Es waren jetzt doch drei recht verschiedene Fragen. Wir haben ja gemerkt, wo es am meisten Redebedarf gab. Lasst uns auch gerne Fragen zukommen und sagt uns, ob das für euch spannend ist, wenn wir sowas machen. Das ist ja wirklich was Neues. Wir sprechen nicht über recherchierte Inhalte oder interviewen Leute, gehen ins technische Detail rein, sondern versuchen, im Dialog in Metathemen reinzugehen. Würde uns sehr interessieren, ob das für euch wirklich spannend ist. die Anlaufkanäle habe ich euch ja schon genannt. Ich bedanke mich ansonsten bei euch beiden. Hadi, Ben. Ja, schön, dass ich dabei war. Bei euch war wieder echt gut. Mir ist sehr gut gefallen. Lustige Runde, wie immer. Könnte ich jeden Tag machen. Wir wollen es mir nicht übertreiben. Also, vielen Dank auf jeden Fall. Einmal die Woche. Das war mal erfrischend. Mal so eine entspannte Gesprächsrunde machen. Deswegen, der Daniel hat es gesagt, liebe Zuhörer, wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr uns Feedback gebt und auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr da was habt. Dann könnten wir das nämlich fortsetzen. Und ich glaube, das wäre doch spannend. Und vielleicht können wir das ja auch noch ein bisschen ausbauen. Hätte ich Freude dran. Vielen Dank. Vielen Dank zusammen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen. Bis dann. Ciao.